Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung und ich möchte sagen, dass ich überglücklich bin mit der Leistung, die ich heute gezeigt habe. Ich habe gar nicht gerechnet, dass ich in die Top 10 komme und dass ich so eine tolle Punktezahl erreichen werde. Aber es ist passiert und das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr. Danke euch!